Hallo und herzlich willkommen. Hi, ich bin der Flo und wir sind hier wieder im Newsflash. Kurz und knackig geben wir jetzt mal wieder einen kleinen Lichtblick in die Themen, die uns bewegt haben. Und da habe ich heute die Amira dabei. Hi Amira. Hello, hello. Hello, hello. Ja, wir zwei wollen mal schauen, was der Juni so bereit gehalten hat oder was wir so getrieben haben als 80-20-Eco. Und ja, es geht sportlich los, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wir waren nämlich unter anderem auf der Spobis. Das ist eine der größten Messen im Sportbereich. Und dort haben wir über die neuesten Trends der Sportbranche relativ viel erfahren. Wir haben viele Vorträge gehört und vor allem aber auch unser Netzwerk erweitert, hat da super viele neue Leute kennengelernt. Und abgesehen davon gab es noch weitere sportliche Aktivitäten und Events, wo wir vertreten waren. Neon Edds ist einer, ne? Da habe ich das Sprechwort. Genau, wir machen sportlich weiter, würde ich sagen. Sportlich weiter und zwar Neon Edds Legenden Masters. Ja, Manny Bender hat das Ganze in die Wege geleitet. Neon Edds war dabei und das ist quasi ein Golfturnier von Ex-Fußballprofis, unter anderem Bernd Schuster, Klaus Fischer, Andi Möller. Naja, und dann haben sich diese Ex-Fußballer quasi den Ball schrumpfen lassen und auf dem Golfplatz gegeneinander gematcht, wie man das so schön sagt, neudeutsch. Und Mönchengladbach hat dann den Titel quasi geholt oder das Turnier für sich entschieden. Und ja, wir haben natürlich auch zwei Partner. Also wir sind ja eben in der Sportbranche relativ gut vernetzt und vertreten. Und da machen wir jetzt nochmal sportlich weiter mit den News. Und zwar müssen wir jetzt mal gratulieren und zwar direkt im Doppelpack. Amira tanzt gerade schon, sehe ich. Und zwar, wir wollen Haching gratulieren und zum Aufstieg in die dritte Liga. Wir sind Partner von Haching, machen die Fan-App und die Homepage. Von daher, da sind wir gespannt, da geht es jetzt weiter. Neue Liga, neues Glück. Und das Gleiche gilt auch für Ulm. Da sind wir jetzt im Basketball, da sind wir die Sportart gewechselt. Ratio vom Ulm zum ersten Mal deutscher Meister. Also da auch dickes, dickes Glückwunsch von unserer Seite. 8020 Echo sind wir auch mit der Fan-App vertreten. Von daher, ja, sportlich würde ich schon sagen, war das ein ereignisreicher Monat. Ja, auch intern war es bei uns sehr sportlich. Und zwar hat unser 8020 Eco Company Cup in Ingolstadt stattgefunden. Das war ein von uns selbst veranstaltetes Fußballturnier mit all unseren Standorten. Und der FC Ingolstadt hat das netterweise alles für uns organisiert. Goatware hat es gesponsert und wir hatten einen wunderschönen Tag draußen im Freien. Und letztendlich hat unser Standort in München das Ding für sich entschieden. Ja, wie so oft im Fußball. Ja, ansonsten ging es ja auch noch weiter. Thema oder Dauerbrenner würde ich sagen, bei uns ist ja auch Future of Work als Stichwort. Hast du da nochmal Infos, Amira, was da so vonstatten gegangen ist? Ja, die Future of Work Tour war diesmal in Bühl bei USM. Und wir haben uns dort vor allem mit den Themen Work-Life-Blending und Mindset auseinandergesetzt. Ja, es ging viel über die Zukunft der Arbeit. Die ist geprägt von Flexibilität, der Verschmelzung von Beruf und Privatleben. Und da gab es ganz tolle und inspirierende Vorträge, die wir jetzt wieder mit nach Hause genommen haben, um zu gucken, wie wir die ganzen Impulse jetzt auch tatsächlich in unseren Alltag einbinden können. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall im Alltag regelmäßig machen, sind jetzt die letzten zwei News. Und zwar so das leibliche Wohlergehen. Da würde ich auch nochmal an dich, glaube ich, übergeben. Und zwar habe ich da so das Stichwort Food Truck und ich habe noch Stichwort Grill and Chill. Ja, da mache ich gerne weiter. Ja, im Tagtraum in Ingolstadt finden ja derzeit häufig Biergartenkonzerte statt, immer Donnerstagabends. Und die sind gut besucht und unser Dalvik Food Truck ist da auch immer mit am Start. Da gibt es leckeres Essen. Aber nicht nur der Dalvik Food Truck, sondern auch unser 11 Grad Weinwagen ist da mit dabei. Da kann man sich nicht nur was Leckeres zu essen holen, sondern nämlich auch leckeren Wein von 11 Grad. Und nicht nur bei den Biergartenkonzerten im Tagtraum war unser Food Truck am Start, sondern auch bei unserem internen Grill and Chill. Das hat letztens bei uns in Ingolstadt in der guten Stube stattgefunden. Da haben wir uns alle zusammen nach der Arbeit noch auf ein leckeres Gläschen Wein und leckerem Essen vom Dalvik getroffen und haben den Abend zusammen gebührend ausklingen lassen. Super, das hört sich doch genial an, würde ich sagen. Da wissen wir, was der Juni gebracht hat und gehen in diesem wahrscheinlich auch noch so warmen Juli jetzt weiter und schauen mal, was da noch so für Events und interessante News im 80-20-Eco-Kosmos auf uns warten werden. Amira, ich danke dir schon mal. Danke dir, steht einiges an, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Dann kommst du mal wieder hier vorbei in den Newsflash und dann wird mal wieder ein Blitzlicht gegeben, würde ich sagen. Ja, ich freue mich. Perfekto. Bis dahin. Perfekt. Einen guten Juli. Adios.